Oh-oh, schließt Hollywood's High Society die zukünftige Mrs. West aus? Laut Angaben von Raider Online bat Kanye West, die großen Tiere Hollywoods, die Mutter seiner Tochter North in ihrem Kreise aufzunehmen. Laut Berichten wird der Rapper als ernsthafter Star und Geschäftsmann angesehen, aber mit Kim will man nichts zu tun haben. Autsch! Es ist nicht das erste Mal, dass der Reality-TV-Star zurückgewiesen wird. Sie wurde nicht zur Vanity Fair-Party nach den Oscars eingeladen. Aber das war noch nicht alles. Eine Quelle erzählte Raider, dass Kim einfach nicht an den gleichen Plätzen willkommen ist wie Kanye. Sieht so aus, als müsste der Rapper noch dollerdrum betteln.